Guten Morgen und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Town of Salem Decoven und wir sind Jailer, das heißt wir kennen Godspeed von der letzten Runde, wir nehmen den Pizzaguy mit und schreiben auch unseren letzten Willen, wie heißen wir, wir heißen Disaster, Disaster, der Jailer und Longwolf claimed we're off, Pizzaguy. Hashtag, alles, noops, außer Mutti. Hey there. Claims Town Invest. Okili, dookili. Ok, doki. Die Frage ist, er könnte natürlich auch was anderes sein. Wir gucken mal kurz rüber in die Rollenliste, weil wenn ich nicht vollkommen falsch liege, ok, uns geht's noch gut, wir leben noch, das ist schon mal gut, wenn ich nicht vollkommen falsch liege, dann ist der Lookout natürlich auch der typische Claim für richtig kaufen Lieder. Ich bin überhaupt korrekt, wir möchten jetzt nix benutzen und ich war skilt bei der Potion Master, der Potion Master hat getötet. Die Frage ist... Oh, Psychic. Damn, Psychic. Psychic ist ne Investrolle, das heißt, ein T-I ist schon raus. No made to Sakel. Ok. Ok. And try to get unprotective. Ok. Whisper me? Why me? What the fuck? Ok, Dexter. Diseasepringer. Ok, 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 ok. Merrick Johnson sagt, ey, er ist ein Town Invest. Ich bin am überlegen, wen ich mitnehmen soll. Soll ich noch mal Pizza Guy mitnehmen? I'm the most easily confirmed, Tony, that's why you. Ich glaube, wir nehmen einfach noch mal den Pizza Guy mit, weil es gab keine Medusa-Kist. Es könnte natürlich sein, dass niemand in die Medusa-Garant ist. Oder, dass unser Pizza Guy einfach der Böse, Böse kaufen die das. Und William Hobbs hat gelieft. Lonnie Wolf claimt immer noch Werwolf. Well. Are you sure about... Well, no action. Keine CL-Action. No, keine Kopen-Lied-Action. Das ist schon ein bisschen... Hm. Mysteriös. And you claimed... Look out. Das ist noch mysteriöser. Muss man einfach so sagen. Das muss ich ihm auch sagen. Dann weiß er Bescheid. Richtig. Er hat Look out geklamt. Das hat er auch selber erkannt. Und wir haben unsere Night Ability natürlich nicht performt, weil wir haben ihn ja nicht umgebracht. Ich schreibe das auch mal hier rein. Er claimed Look out. Was anyone controlled... Zellabker? Wie war das nochmal? Tötet der Kopen-Lieder mich, wenn ich... Oh, Doktor. Tötet der... Oh, und der Banger ist back to life. Tötet der Kopen-Lieder mich, wenn ich nicht umgekehrt habe. Und der Banger war Psychic. Banger... Ekel ist Psychic. Und der Support ist ein Retri. Ähm... Steo hat jetzt confirmed... Ähm... Ich muss jetzt nochmal rausgucken, wie das mit dem Kopen-Lieder war. Bringt der den Jailer um? Ähm... Ich weiß es nicht mehr. Ab, 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 ab. Dab, dab, dab. Die Seas wird hochgevotet. Ähm... Ähm... Da muss ich hier vielleicht beim Jailer mit reingucken. In die Besonderheiten... Ähm... Ja, ja, ja... Okay... Match Control... Gut, wir können nicht in der ersten Nacht exekutieren, das ist okay. Okay... Get Theodot Lawson ist der einzige, der guilty stimmt. Ja, High Fire Chester. Davon kann selbst ich ihn nicht retten. Gut. Das ist okay. Da ist der... Banger will das Town-Plo Detective on him. Er hat sich... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wir bringen dich um. Ich bin sorry. Okay. Kinda... Suspicious. Ich wurde anwsob. Hm... Suddenly. Suddenly... Wurde er angegriffen? Was behauptet er jetzt? Hat er es eben auch behauptet? Ich benutze meine eigene Diskretion. Die Frage ist, war das jetzt sinnvoll? War das nicht sinnvoll? Wir werden es gleich sehen. Ich hoffe, er war Coven Leader. Komm schon. Okay. Okay. Okay, er war wirklich Coven Leader. Es tut mir leid, Pizza Guy. Und dass ich dich direkt in der ersten Nacht erwischt habe, das ist natürlich unpraktisch für dich. Aber, hey. Okay. Und das ist per Leid oder Deodat. Okay, Taco. Na gut, Disaster sind wir. So, get in der Taco. Müssen wir ja auch mal schreiben. Müssen wir ein bisschen Stinking betreiben? Ich würde nicht meine Rolle schreiben. Taco claimed Shalif. Aber der Shalif... Er wurde transportiert, by the way. Ich bin ein großer Fan der Nord-Evils. Wir gehen jetzt für Taco. Taco, Taco, Taco. Okay, Lay, Godspeed, Disaster. Punisher, 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 Punisher. Der wurde gleich ein paar Mal, um den Vot anzukrubbeln. Und wir müssen jetzt überlegen. Ähm. Gut, die haben keinen Proof, dass der Coven Leader im Jail war. Aber Godspeed sieht für mich erstmal gut aus. Taco Guy ist Coven. So, get Taco, das war ich. Banger ist der Psychic. Äh. Nice von Jailor, sonst hätte ich ihn direkt gemacht. Weißt du. Lay sagt hier GG. Votet auch für ihn. Was war Dexter? Nein, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dexter hat gewollt. Fucking gay. Und du kommst mit mir mit. Fucking gay. Get town inwards and disaster and marry you also. Ja, das ist eine gute Idee. Wir nehmen den Typ mit, der schwule fängt und lesben. Das ist okay. Falsch ist er, das ja auch. Dann kann das jeder miteinander tun. Du, 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 du. Okay. Ich hab ne freaking gay guy. Taco war der Necro. Oh, es gab ein Necro-Monster. Äh, Menze. Hello, dear. Give me a rose. Veteran. Wow, wow, wow. Das ist durchaus möglich. Er hat... Uh. You are crazy. Aren't you? Ähm, wir schreiben das natürlich auch auf. Das ist die dritte Nacht. Und heute... für... vier... für... fucking... Schnell raus! Und bevor wir umgebracht werden. Wir wurden nicht umgebracht, aber es hat gespeichert. Claimed... wet. Panicher ist gestorben. Der gute. Hier wurde vom Werwolf umgebracht. Rennentown 1, Rennentown 2 und Rennentown 3. Not hungry, eating pizza guy wasn't home. Okay, Tracker ist eine Investrolle. Ist das korrekt? Warte, wir hatten es doch gerade da. Ja, da ist es korrekt. Daxter oder Punisher sind gut. Ja, das ist falsch, es heißt or end. Well, or end. Hmm, Mary is evil. Ja, dann voten wir Mary. Stop acting like you're smart. I'm not trying to hide, man. Okay, Mary Johnson ist auf Krawall gebürstet und Banga sagt hier, du solltest dich... Wir schreiben dem Banga mal, I am Jailor. Wir können dem auch direkt mal schreiben, dem Banga 7, One is climbing red. Dem können wir die Sachen unfair trauen, ein guter Junge. Cut it, thanks. Muss man ja mal sagen, die Frage ist, wer bist du? Okay, du bist böse. Gut. Voten wir einfach mal, dass sie evil ist und kontrollieren natürlich die Rollenliste, wer gewartet hat. Godspeed Disaster Mojo. Lonely Wolf hat nicht gewartet. Das heißt, wir nehmen Lonely Wolf erstmal mit. Desaster ist der Jailor, by the way. Yeah, nice. Lonely Wolf, I will take you with me. Yes, I am the Jailor. Mary Johnson war der Potion Master und Lonely Wolf kommt jetzt mit mir mit. Hello there. Give me a roll. Well, das ist natürlich jetzt eine ganz wichtige Frage. Er claimt Sheriff. Wir haben schon einen raus, das Zweike. Banger in der ersten Nacht. Panicher in der zweiten. Gut, das ist noch möglich. Pizzaguy in der dritten. Das ist nicht möglich. Yo. Der Sheriff kriegt... Ah. Kriegt der Sheriff eine Mitteilung, dass er... Quick question. Can Sheriff check paper that are jailed? Das muss ich kurz mal fragen. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Von der Rollenliste aber auch. Godspeed oder Mojo sind böse. Das ist geil. Ich sage natürlich, Roblox Mojo Joe. Yay, I'm Transporter. Godspeed sagt, er ist Transporter. Gut. Gut. Well, wir hatten Mojo. Ähm. Kann man ganz einfach sagen, er ist nicht Psychic. Und wir haben damit auch die Liste ganz klar. Ich glaube, Dexter war auch irgendeine... Irgendeine Investrolle. Wir nehmen den letzten mit. Aber es antwortet keiner auf meine... Sheriff ist claimed. Okay. Aber ich möchte trotzdem kurz wissen... Wir müssen... Wer ist der Sheriff? Kann der Sheriff Leute untersuchen? Ich bin mir sicher, also der... Der... Gut. Hm, 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 hm. Der Investor Final Day Downrolls, bla bla bla. Ich bin verwirrt. Kryan, du weißt es doch. Und Kryan, du guckst diese Folge hoffentlich. Schreib mir das in die Kommentare. Oder irgendwer anderes, der es weiß. Hm. Ich habe nicht telefoniert. Ja, der wollte mich nur sagen. Gut, der wird jetzt umgebracht. Aber... Es ist immer noch nicht... Sheriff... Target... Okay. Ich... Ich google das einfach mal. Alter. Was ist mit dem passiert? Er sind Flammen aufgegangen. Wir möchten nicht das ganze sehen da oben. Die Werbung. Ja, es ist... Wahrscheinlich wirklich der Werwolf. So, es ist dir. Ich werde dir meinen kleinen Kind zeigen. Sie ist sooo cute. Gut. Wir müssen hier sagen, er ist ein Außenseiter, der vielleicht sich gegen uns... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Let me go and go to the woods. Ja, dann würde ich mal sagen, GG. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher, wie das jetzt war. Da 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 da. Okay, hier steht nur tonnenweise... ...sachen, die sich hier, ja, wichtig machen. Und ja. Aber egal, wir haben gewonnen. Dementsprechend vielen Dank... ...für's zu sehen. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft auch ein Abo da lassen bei Fragen. Und vor allem bei der Antwort auf meine Frage. Ab in die Kommentare damit. Ja, habt einen schönen Tag, haut rein und bye bye. Outro 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 From